20 Minuten dafür Ich bin glücklich mit deinem Erfolg. Deine Gedanken sind meine Aktion. Es ist Zeit, um einen GDI zu lösen, von dem es nicht zurückkehren kann. Hammerfest muss gebrochen werden. Es ist unsere letzte Hoffnung und es ist gut gefördert. Die Bruderhütte wurde nicht in den Perimeter verletzt. Find einen Weg, um ihre Gefahren zu verletzen. Kabal, Analyse Hammerfest Integrity. Die Systeme sind nicht verletzend. Es gibt keine Weakpunkte. Die Technologie ist ohne Flore. Der Menschliche Element, wie immer, ist verletzend mit Perfektion. Ein Personal Inventory von der Base hat eine Ironik-Cohenz. Das ist Jake McNeil. Ich glaube, Sie kennen seine Bruder. Er wird einen Inspektions-Konvoi außerhalb der Base-Perimeter führen. Fertig ein GDI-Aufest, bevor der Konvoi kommt. Fertig den Konvoi und verhindern sie von der Base zurück. Sie müssen nicht geteilt werden. Verletzt nur was für die Fertigung ist. Geil, wir dürfen jetzt McNeils Bruder festnehmen. Jake. Das wird spannend. Die GDI-Aufest ist hier. Die GDI-Aufest ist hier. Keine GDI-Aufest. Keine GDI-Aufest. Sie werden sie bauen GDI-Aufest unter unsere Kontrolle. Once Jake McNeils Inspektions-Detail ist in unserer konvertierten Base. Attacke. Kill alles, aber McNeil. Use die speziellen Toxin-Soldier, die gefordert sind, um zu kontrollieren McNeil. Once er wurde versuchte, um uns in unseren Kurs zu helfen, evapke ihn als Direktor. Wenn er die Fertigung entdeckt, beobachte ihn, bevor er den Sektor fliegt. Reinforceungen sind bereit. Unruhe bereit. Stärke ist wichtig. Sir, auf meinem Weg. Ja, Sir. Warte mal, ist das eine riesige Map? Warte mal, wie viele Truppen sind das? Moment. Sir, das sind ja alles Ingenieure. Und was ist das hier? Ein einziger Bersuka-Trupp. Nice. Also, wenn es da nicht reisen muss, weiß ich es eigentlich nicht. Ein einziger Bersuka-Trupp. Auf meinem Weg. Das kann nur klappen. Da bin ich voll dabei. Okay. Ist irgendwo zwang zum Wasser, wenn ich schon die GDI am Firmierfahrzeug benutzen darf. Irgendwas? Nein. Jetzt würde ich einfach durchfahren können. Das wäre auch safe zu easy. Gehen aus. Gehen aus. Gehen aus. Wenn ich das Ding einnehmen soll, mit den paar Truppen die ich jetzt habe. Sondern das... Okay, vielleicht kann ich die Kraftwerke schnell genug einnehmen. Vielleicht hilft das. Auf meinem Weg. Ich muss noch ein bisschen beeilen sich gerade. Ja, Sir. Ich muss mich einnehmen bevor. Der Jake einkommt. Ja, Sir. Auf meinem Weg. Ich hoffe, dass es schnell genug ist, was ich jetzt hier versuche. Ja, Sir. Na komm, fahrt weiter. Und was brauche ich denn? Nein. Auf meinem Weg. Hier, wenn er den Dirk auf dem Weg geht. Auf meinem Weg. Fakt. Ja, das ist RIP. Das ist RIP. Kann ich direkt laden. Nice. Wenn man nicht weiß, bis dahin kann ich sicher durchfahren. Mist. Voll in den einen Wachtturm rein. Geil. Kann man machen. Sollte man aber nicht. Ja, Sir. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Okay, bis dahin. Okay, wie komme ich da am besten dran vorbei? Ich weiß gerade nicht, dass ich da rein gefahren bin. Komm ich da irgendwie dran vorbei? Easy. Ja, Sir. Ja, Sir. Du sagst so? Ja. Das ist ein Fahrzeug jetzt hast du ja geschafft. Alter. Die haben auch fast gar keinen Radius. Da aber das Maschinen sind. Ups. Warte jetzt. Ja, für euch ein bisschen. Es ist einfach wichtig viel zu speichern. Ja, wir sind fast da. Vor allem nach oben sitzt der Typ. Wie soll ich da schnell hinkommen? Im Fall, dass sie wirklich entdeckt werden. Ja, Sir. Ich glaube es ist keine Option. Ja, Sir. Ja, Sir. Ja, Sir. Ja, Sir. Ja, Sir. Ja, Sir. Äh. Nice. Kann ich da nicht hoch? Moment mal, Moment mal, Moment mal. Nein, 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 nein. Jungs. Was wird das? Ja, Sir. Ja, Sir. Ja, Sir. Ja, ich bin hier. Ich bin auf. Ich bin natürlich nicht einfach. Nichts. Ich speichern, wie ein Mädchen. Äh. Auf mein Weg. Ja, Sir. Ja, Sir. Ja, Sir, Sir. Hilft enorm. wie genau soll ich jetzt hier reinkommen ohne weg zu werden wo ich den bauf direkt einnehmen kannst klappen ich muss glaube ich mit den toxin soldaten zuerst die fahrer ausschalten okay es bestimmt nicht mega gut klappen wird nicht okay ich muss ein bisschen bauf einnehmen ich weiß nicht ob ich gerade zurückgeholen aber trotzdem lauf was automatisch meiner ist nein kann ich nicht nur was passiert tatsächlich ok nicht kein zu tun was ich mache Und dann, let's go. Get burnt. Get burnt. Get burnt. Put it. 当然. Get burnt. 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 Oh hell, there is already here. Yes. Yes, yes, yes. Get burnt. Fremde zu beobachten. Fremde zu beobachten. Amtschatzgegründet. Training! Jetzt aber schnell! Fremde. Ja, Herr, Herr! Unik bereit! Ich habe die Infanterie geschafft. Unik bereit! Herr, aus und flammend. Unik bereit! Okay, die brauche ich gleich für den Typen selber. Komm durch das Tor hier. Okay, ich muss die Werbung ausschalten. Unit ready. Unit ready. Insuffisierte Funds. So. Das sind alles noch schöne GI Truppen, die ihr hier seht. Okay, holen wir uns. Wir haben ihn? Haben wir ihn? Haben wir ihn? Ja, wir haben ihn. Was ist passiert? Was ist da gerade passiert? Hä? Äh. Äh. Ich habe es jetzt nicht ganz okay. Ich bin auf der Seite. Natürlich. Ich glaube, ich kann mich auf der Seite. Es ist nicht das Gefühl, dass ich mich verabschiedet habe. Nein, was war der Arbeit? Einmal einen ganzigen Spaß. Let's go. Ich glaube, ich kann mich auf der Seite. Ich bin auf der Seite. Unabhängig ist unter Attachung. Ich glaube, ich kann mich auf der Seite. Nein, Herr. Nein, nein, nein. Ich glaube, ich kann mich auf der Seite. Ich bin auf der Seite. Ich bin auf der Seite. Es ist nicht das Gefühl, dass ich mich erinnere. so dann noch ein dieses über das ist sogar schnell genug dass ich noch ein bisschen was bauen kann also richtig bauen kann ich mich auch da hinstellen so ich brauche das ist natürlich da zu sein so 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 geld dafür Das lässt mich genug Geld haben. Gleich so, ein bisschen fehlt. Einfach aus keinem sichtlichen Grund. So, nochmal speichern. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Wenn der Jake vorbei ist. Das könnte auch klappen. Los rein am Deutsch. Ich bin bereit. Los. Macht's. So, und fährt's auf? Nein. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Wohin muss ich ihn jetzt schicken? Wo ist die Evakuierungspunkt? Da vorne. Es ist ja nichts weiter. Geht los. Bevor die ihn holen kommen. Was wohl gleich passieren wird. Geh doch da hinten lang. Spacken. Es ist hier jetzt mal nervig. Los läuft. Ich schaff das. Ich glaub fest an euch. Okay. Ab dafür. Ich muss alles so gut wie geschafft. Aber auch gar nicht so schwer. Und der ganze Restchen. Wie soll man da rein kommen? Die Basis ist viel zu gut geschützt. Was ist das? Was ist das Team da? Was ist das Team da? Was ist das Team da? Ich könnte es in der Saison irgendwie verkaufen oder so. Oh Gott. Speisen. Was Konsequenzen hat. Oh. Den Türmreich verkaufen. Sehr schade. Da haben die Hauptzweck. Wir haben doch gerade eben nicht geschossen. Äh. Was ist das Team da? Wollte ich um ihn sterben? Oh. Jetzt höre ich jetzt auch, dass der weg ist. Oder was? Ist ein bisschen behindert. Äh. Ja egal. Bis hier um was ankommt. Huch. Was schießen die? Oh. Das Außending. Äh. Was heißt es geht weiter? Bitte nicht. Was ist ein Mann? Tertiärer Objektiv erreicht. Mission erreicht. Oh. Schön. Geht gut. Geht gut. Geht gut. Machst du nichts. Geht gut. Geht gut. Geht gut. Geht gut. Oh. Wie kann man die sich,